dann um ein wenig weg also um ein wenig technik baum halt auch zu leveln wollen wir mal schauen dass wir uns mal ein bisschen auch ums abbauen können wir als erstes machen so was haben wir wo haben wir elektrizität wo noch und wo zwei gehört da mechanik lötlampe also speisbrenner im endeffekt was ich schon habe was wir jetzt brauchen ist im endeffekt eine werkstatt und eine werkstatt dafür brauche ich wieder woanders halt die punkte das heißt werden jetzt einmal zu einer kaputten station gehen das ist vier gewesen auch nicht vier warte mal ach nee stopp haha hätte ich mal mitnehmen sollen ich dachte ich hätte es eingepackt aber habe ich nicht den trennschleifer sterben zwei hat hier irgendwas sterben zwei gab es so elix zwei ne ich bin gerade etwas verwirrt mit dem sterben ähm ach guck mal vielleicht noch ein medikett hier oh 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 gut dass er nicht reagiert hat ich habe nämlich aus versehen gerade an der seite auf der maus geklickt das wäre helm up das wäre nicht so gut ach so das deutsche duck so ist ja ich speicher mal das ist mein ding speicherstand was ich schon angefangen habe testen aber da ich hier von anfang an starten will im stream war das auf youtube gleichzeitig entsprechen werde ich es ja für youtube das in verschiedenen teilen auf für youtube auch teilen verschiedene teile und daher war das hier immer neu ich musste es halt einmal noch mal halt an spielen und testen ja ich weiß das andere kann ich nicht machen das spiel ist übrigens die phase immer so ein hinweis geht natürlich auch die ansicht ne aber wenn ich das mit der steuerung die ansicht nicht so gerade so gut so ich brauche ein bisschen mehr als nur so da hier kein strom ist alles manuell öffnen alles schrott hier war ja alles in die luft geflogen so dann wollen wir mal gucken das war mal ein bisschen schauen ob wir hier noch was finden ja mittlere leit mittlere die gab es bei meinen anderen dings nicht hier stand dings kleine das ist interessant also wird der inhalt auch bei jedem neustart von also wenn man neu anfängt wird nicht nur die oberfläche ganz anders sein oder bisschen anders sein sondern auch der inhalt der entsprechenden okay interessant nee das wollte ich nicht was war das denn habe ich gerade na gut was kann ich denn noch kaputt machen ich habe bis jetzt noch wieso bekomme ich nur noch keinen skipppunkt da haben wir ja technologiepunkt darauf wollte ich gerade hinaus so weil wir brauchen tatsächlich genau materialen und dann brauchen wir nämlich eine werkstatt elektricität transformator elektricity technology access level increased available point for technological advancement sehr gut nicht nicht sondern nicht 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 nicht